Köln verlor in dieser Bundesliga-Saison nur gegen den FC Bayern und sie sind seit vier Bundesliga-Spielen ohne Niederlage unterwegs. Eine so lange Serie ohne Niederlage hat es in der letzten Bundesliga-Saison nicht gegeben. Fürth dagegen hat nach sechs Spieltagen nur einen Punkt auf dem Konto und sie sind bisher noch sieglos. Das blicken wir also rein in die Partie und schauen auf die siebte Spielminute. Tillmann hebelt mit einem genialen Pass die Kölner Defensive aus und schickt Meierhöfer in den Strafraum, der recht frei von Timo Horn einschieben kann und trifft 0 zu 1. Marco Meierhöfer mit seinem ersten Saisontor und der frühen Führung für Fürth. Das Team von Stefan Leitl macht das hier wirklich perfekt und stellen sich nach dieser frühen Führung sehr defensiv rein, kontern aber immer wieder mit gefährlichen Situationen. So, jetzt 33. Spielminute, Fürth wirft von der rechten Seite ein, Köln kann den Ball einfach nicht entscheidend klären und dann hat Taguta einen Geistesblitz und steckt perfekt in die Lücke zu Dudziak. Der ist einfach mal probiert und alleine vor Horn auftaucht und der erste Abschuss des Fürthers klatscht an den linken Pfosten und dann springt die Kugel wieder zu Dudziak. Und der im Nachschuss erneut den linken Innenpfosten trifft. Das Tor war eigentlich leer und es wäre fast die 2 zu 0 Führung sein müssen. Wir befinden uns mittlerweile in der zweiten Halbzeit. Fünfzigste Spielminute. Schmitz spielt rechts raus zu Dudar, der sich sehr nach innen orientiert und mit Dudar und Kainz. Tolle Kombination spielt. Letztendlich erhält Schmitz den Ball und der bringt eine klasse Flanke rein auf den zweiten Pfosten, auf den 16er, auf Sebastian Andersson und der trifft zum Ausgleich der Schwede mit seinem ersten Saisontor. Nur fünf Minuten später in der fünfundfünfzigsten Spielminute gibt es Ecke für die Hausherren von der linken Seite. Der Ball wird verlängert von Hector in Richtung Fünfer, wo Skiri auftaucht und der Ball über die Linie köpft. Sein zweites Saisontor und die 2 zu 1 Führung für den ersten FC Köln. Spiel gedreht. Köln ist jetzt ganz klar die spielbestimmendere Mannschaft und drängt auf das 3 zu 1. Also es gibt erneut Ecke in der unsechzigsten Spielminute von der rechten Seite. Die wird länger und länger und letztendlich ist Schlussmann von Kreuter Führter und kann den Ball an die Latte lenken. Der Keeper verschätzt sich da ein wenig und es wäre fast die deutliche 3 zu 1 Führung gewesen. Schlussphase. Neunundnachzigste Spielminute. Die Kölner kontern noch einmal Skiri, bekommt eine sensationelle Vorlage von Schaub per Schipperl. Und er macht den Sack zu und trifft zum 3 zu 1. Unglaublich. Die Kölner drehen die Partie. Und dann ist Schluss im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Der erste FC Köln hat den Auftakt des siebten Spieltags verdient mit 3 zu 1 gegen Kreuter Führter für sich entschieden. Marco Meierhöfer brachte die Kleeblätter früh in Führung. In Hälfte 2 wurde der Druck des FCs aber zu hoch. Sebastian Andersson in der 50. Und Doppelpacker Skiri in der 55. sowie in der 89. drehten die Partie für die Rheinländer.